Kniebeuge Wir starten mit der Griffbreite. Wir gehen an die Langhantel und greifen ungefähr eine Daumenlänge breiter als Schulterbreit. Dann nehmen wir den Daumen rum, schließen die Faust. Sollte unsere Beweglichkeit im Schultergelenk diese Position nicht hergeben, greifen wir gerne auch etwas breiter. Die Hand liegt jetzt nicht in unserer Halsmüllsäule, sondern auf unserem Trapezius, also auf dem Muskelpolster hier im Nacken. Wir nehmen die Hand aus dem Rack raus, gehen ein paar Schritte zurück und gehen auf die Standbreite ein. Wir stehen mit den Füßen etwa Hüft bis Schulter breit. Je unbeweglicher ich, besonders im Bereich der Sprunggelenke bin, aber auch im Bereich der Hüftgelenke, umso breiter sollte ich stehen. Außerdem zeigen die Fußspitzen leicht nach außen. Wir stehen in leichten Außenrotation. Auch hier gilt, je unbeweglicher ich bin, umso weiter nach außen zeigen meine Fußspitzen. Die Fußaußenkante und die Ferse eurer Füße bleiben die ganze Zeit fest auf dem Boden und der Druck, den wir erzeugen, erfolgt vor allem über den Rückfuß. Wir initiieren jetzt die Kniebeuge durch einen Hüftrückschub und einen Knievorschub, bleiben dabei im Oberkörper schön aufrecht. Das heißt, wir aktivieren unsere Rumpfaufrichter, wir behalten eine große Brustwirbelsäule und unsere natürliche Lordose im Bereich der Lendenwirbelsäule. Unser Becken bleibt leicht gekippt. Wir senken unseren Körperschwerpunkt in Form unserer Hüfte ab bis ungefähr Kniegelenkspalt. Und ganz wichtig dabei unsere Beinachse. Wir schieben unsere Knie immer dahin, wo unsere Fußspitzen hin zeigen, das heißt eher nach vorne außen. Ich möchte nicht, dass die Knie nach innen kollabieren. Zur Atmung bei der Kniebeuge. Um unsere Rumpfmuskulatur zu unterstützen, atmen wir vor jeder Wiederholung tief in unseren Bauchraum ein. Senken dann unseren Körperschwerpunkt ab, um uns beim Aufrichten wieder auszuatmen. Sehr schön, vielen Dank. So sieht eine technisch optimale Kniebeuge aus. Wir sind in der ersten Reisten. Wir sind in der ersten Reisten. Vielen Dank.